Seitdem sie ihre Probleme hat, haben wir sie fertig gemacht. Und jetzt interessierst du dich dafür? Ja, aber weil wir nicht wussten, dass wir da vorne sind. Ja, wir wussten nicht. Aber wir haben trotzdem weitergemacht. Hör mal, ich werde dir ganz sicher nicht dabei helfen, dass du dich besser fühlst. Ja. Ich hatte heute noch ein bisschen Spaß. Was? Ey, war einfach verpüsst. Ich hatte heute noch ein bisschen Spaß.